Hat denn jeder von euch ein Lieblings-Pipi-Zitat? Ich habe kein richtiges Zitat, aber ich habe so eine Lieblingsszene. Kennt ihr die, als die Polizei Pipi abholen möchte, um sie ins Kinderheim zu bringen? Und sie sagten irgendwas sinngemäß. Ja, wir suchen dir einen Platz im Kinderheim. Und sie sagt, na ja, aber bin ich doch schon. Ich bin ein Kind. Das hier ist mein Heim und ich habe genug Platz. Das liebe ich sehr. Ich bin ein Lieblings. Dass das erste Mal, als Pipi wirklich die Schatzkiste mit dem ganzen Gold hervorgeholt. Weil es da ja auch immer war, dass sie davon erzählt hat, dass sie eine Schatzkiste voller Gold hatten. Als die beiden Kinder das das erste Mal sehen, da fallen ihnen auch quasi die Augen aus dem Kopf, weil sie es nicht glauben können, dass das wirklich wahr ist. Ja, man grübelt ja selber ganz oft, finde ich, mit, was denn jetzt gelogen oder geschwindelt ist oder erfunden ist und was die Wahrheit ist in ganz vielen Szenen, wo sich dann erst viel, viel später aufklärt. War es denn jetzt erfunden oder war sie wirklich schon in Lissabon und woher weiß sie. Also das finde ich immer so spannend, dass man so selber... Sag mal, ich muss einmal noch mal doch fragen zu Tommy und Annika. Findet ihr die auch so saulangweilig? Ich glaube, die sollen so sein. Ich meine, dann kommt ja auch dieser Vergleich einfach auch noch mal doller raus. Wenn man dann die beiden als Kontrapaar zu Pipi hat, dann also größer könnten die Unterschiede ja kaum sein. Ich glaube, es ist so, wie du sagst, Sarah, oder? Sie nehmen eine Funktion ein im Narrativ. Ja, ich glaube auch. Ja, total. Also in jeder Szene, die sie zusammen haben, merkt man das ja immer wieder, dass Pipi irgendwas vorschlägt und Annika sagt, ah, das sollten wir lieber nicht machen. Und jede Szene, die vermeintlich gefährlich wird, da ist Pipi noch ganz entspannt. Ach, dann bleibe ich halt hier für immer drin und ist doch gar nicht schlimm, kommt doch rein. Und Annika sagt, nee, das mache ich lieber nicht und geht lieber noch mal drei Schritte zurück. Und ich meine, auch ohne Annika würde Pipi doch total herausstechen. Und ich meine, nicht jedes Kind kann Pferde hochheben und lebt dann alleine in der Villa. Aber das macht es natürlich noch mal irgendwie schöner. Und auch die Interaktion untereinander, weil man hat, Jippe, ich glaube, du hast es eben erzählt, dass Pipi schon so ganz kleine Momente hat, wo sie schon gerne in Anführungsstrichen braver wäre oder sich lieber anpassen würde. Aber es sind wirklich so ganz kurze. Und bei Annika und auch Tommy merkt man, finde ich, öfter, dass sie viel lieber so werden wie Pipi und dass sie immer gerne darüber spielen gehen oder es kaum erwarten können. Und das, finde ich, kommt schon raus, dass sie viel mehr danach streben, so zu sein wie Pipi, als Pipi andersrum wie die beiden zu werden. Ich glaube ja sogar irgendwie eigentlich durch Annika und Tommy erleben wir dieses Phänomen Pipi. So ist es, glaube ich, auch diese Urgewalt. Also die zwei sind die Kinder, mit denen man absolut andocken kann. Die führen irgendwie ein Leben, was irgendwie wahrscheinlich viele erst mal auch so kennen. Und dann kann man auch noch irgendwie junge Mädchen. Und man ist ein als Zuhörer oder Leser, ist man halt einer von diesen Kindern, die mit strahlenden Augen jetzt überlegt, was macht sie jetzt als nächstes? Manometer. Das ist toll konstruiert. Ich aber auch die Interaktion von Pipi und jeglichen Erwachsenen immer ganz toll finde, weil man da, finde ich, noch mal viel mehr dieses, wirklich die pure Rationalität eines Erwachsenen mit diesem freigeistigen, hippiesken Wesen von Pipi, dieser Kulturen-Clash, finde ich immer ganz, ganz toll, weil sie die Erwachsenen ja auch einfach da stehen lässt und total verdattert und ihrer Wege geht. Ja, aber findet ihr zum Beispiel Pipi frech? Weil ich finde, sie wird ganz oft als frech beschrieben und ich empfinde das gar nicht so, weil sie so in ihrer eigenen, also sie hat ja gar nicht, oder ich habe nicht das Gefühl, dass sie frech sein möchte oder dass sie irgendwas machen möchte, um jemanden zu ärgern, sondern es ist einfach ihre Art, die Realität wahrzunehmen. Oder seht ihr das anders? Das ist mir oft aufgefallen, dass viele sagen, ja, das freche Mädchen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie absichtlich versucht, irgendwas zu machen, was andere doof finden, sondern sie will halt nicht ins Kinderheim und auch ihre Schule fand sie jetzt irgendwie auch doof, aber sie will ja nicht irgendwie, ja, will nicht frech sein, habe ich das Gefühl. Ich meine, man könnte fast so weit gehen oder ich tue es jetzt zumindest gerade, dass so ein bisschen gegen das Motto der heutigen Sendung sie eigentlich auch gar keine Heldin ist, also sie ist, sie empfindet sich, heroisch empfindet sie sich ja nicht, sondern genau sie ist halt, wie sie ist. Sie ist eher so eine Art, ja, Anti-Held, also Anti-Held ist auch Quatsch, aber so ein, diese, dieses nicht miss, also der Misfit-hafte Anteil an Pipi ist das, was auch Annika und die Erwachsenen so immer so verdattert hat. Hä, was hat die denn da gemacht? Da sagt ja keiner, wow, der Feuerwehrmann oder die Feuerwehrfrau hat wieder 50 Menschenleben gerettet, sondern sie ist halt einfach so, macht halt ihr, wie die, wie die es ihr gefällt Ding. Und das macht sie so besonders, ne? Und genau dafür braucht es dann aber auch eine Annika und einen Tommy, um das abzugrenzen, ne? Weil so macht es ja halt jeder, aber Pipi macht es, nur Pipi macht es wie Pipi. Oder seit, oder seit, ich habe jetzt gerade, ich habe jetzt gerade in diverse, weit aufgerissene Augen geblickt, als ich gesagt habe, sie sei keine Heldin. Ja, ich würde wiederum sagen, tatsächlich, sie, also ich finde absolut, ich weiß, was du meinst, ich würde nur tatsächlich sagen, sie ist der Urtyp der Heldin, wenn man es so definiert. Aber so, ich finde, diesen unglaublichen Charme, den das vermutlich, also auch mindestens auf mich hat und ich denke auch auf Kinder, ist eben dieses, was ich eben schon meinte, dass alles einfach so leicht ist. Also so fast schon bevor diese Superheroes, ne, doch da waren sie auch schon, aber tauchten da gar nicht auf. Aber es hat so, sowas, sowas larger than life mäßiges, das, es sind alles keine Probleme und das, das macht das so angenehm irgendwie sie, nicht, dass sie irgendwie Probleme löst, sondern in ihrer Welt, sie sieht die gar nicht. Also da kommt die Polizei, hey, spielt man fangen, ist doch lustig. Also so, ne. Ja, genau. Und eben dann in dem Sinne, wie du sagst, auch gar nicht frech oder so, sondern einfach so, dann ist das eben so und am Ende kriegen die, werden die rausgeschmissen und kriegen noch irgendwie ein Gebäck irgendwie, ganz freundlich, ohne, ohne Sarkasmus, weil sie die jetzt vorgeführt hat oder so, sondern einfach, ihre Welt ist, ist der, wir waren letztes Mal auch beim Ponyhof, ist irgendwie die große Spielfläche. Es gibt keine Schwierigkeiten, die sich nicht überwinden lassen und das ist ja auch die tolle Botschaft irgendwie. Ja, es ist eine gute Mischung. Sie sieht sich selber nicht als Heldin und tut nichts Heldenhaftes auf der einen Seite, aber das macht sie irgendwie zum Idol und zur Heldin für, für ganz, ganz viele, ne. Also ich meine, das könnte jeder von uns mal gebrauchen, das Leben doch noch mal ein bisschen lockerer zu sehen und so ein bisschen Außer Moritz. Entspannter. Ja, wenn ich ein Pferd, wenn ich ein Pferd hochheben könnte, dann würde ich auch alles sehr viel lockerer sehen. was mir schon mal gebraucht. Untertitelung des ZDF, 2020